Hallo und herzlich willkommen zu neuen Fallplanen-Kurser. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Und vielen, vielen Dank an 4.400 Abonnenten, denn so viele sind wir mittlerweile und wirklich vielen, vielen Dank dafür. Und heute verspreche ich dir hoch und heilig, wir drehen das vorletzte Mal an der Pyramide herum. Ist versprochen, Ehrenwort, kann ich dir hundertprozentig sagen, denn die nächsten zwei Folgen sind schon im Kasten, aber ich möchte dich ja nicht spoilern. Aber wir drehen heute zum letzten Mal die Steine von links nach rechts, von oben nach unten, von Mitte zur Außenseite. Und wie gesagt, es ist das vorletzte Mal und danach wird erstmal was anderes gemacht. Ist versprochen. Ich werde auch demnächst mal auflösen, warum die Pyramide einen Boden hat. In der Zeit könnt ihr gerne googeln, warum hat eine Pyramide einen Boden. Ansonsten könnt ihr auch noch einmal einen Abdallah fragen. Der hat wahrscheinlich auch noch eine Antwort. Aber ich glaube, die Antwort von ihm wird nicht die Lösung sein, wieso die bei mir einen Boden hat. Naja, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018